Francesco II. Esforza war der jüngere Sohn des Herzogs Ludovico Esforza von Mailand und der betreisteste und der letzte souveräne Herzog von Mailand in der Geschichte Leben. Als sein Vater 1499 vom französischen König Ludwig XII. gestürzt und im Schloss Loches eingekäckert wurde, floh Francesco mit seinem älteren Bruder Massimiliano an den Hof Kaiser Maximilians, der mit seiner Cousine Bianca Maria Esforza verheiratet war. Massimiliano wurde 1512 von den Schweizern in Mailand wieder eingesetzt. Nach der vernichtenden Niederlage seiner Verbündeten in der Schlacht bei Marignano 1515 trat er jedoch seine Rechte an Franz I. von Frankreich gegen eine Rente von 30.000 Dukaten ab und starb 1530 in Paris. Francesco nahm Mailand nach der Niederlage der Franzosen in der Schlacht bei Bicocca 1522 selbst in Besitz und trat 1526 der Liga von Cognac gegen Kaiser Karl V. Bei, er war unpopulär aufgrund seiner Steuererhebungen, 1533 heiratete er als schwerkranker Mann per Prokurationem die erst zwölfjährige Nichte des Kaisers Christina von Dänemark. Da er jedoch bereits am 24. Oktober 1535 starb, endete mit ihm die direkte männliche Linie der Esforza, das Herzogtum Mailand ging an den Kaiser über.